Und wir sind wieder unter Wasser Und hier ist ein Hai, der gerade... Oh nein! Der hat ausgerechnet da kaputt gebissen, wo ich das Dings aufgebaut hatte Warte... Ähm... Warte, ich mach... Kann ein neues bauen So, ich hab wieder ein Dings dran gemacht Sehr gut Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Pasoto Sie wird wieder ein wenig klein und gemütlich und familiär Und wir machen Raft weiter nach unserem Let's Test Weil es uns wahnsinnig viel Spaß gemacht hat Das wird jetzt ein Let's Play Ein bisschen länger Und an uns treibt gerade eine Insel vorbei Aber das ist egal Und die beiden haben den großen Zappel, Philipp Dieses neue Let's Play wird Auf zu neuen Ufern heißen Und wird, ähm... Joa... Ein bisschen länger Mal gucken, wie lange wir Bock haben Und wie lange wir da was machen können Und hallo ihr beiden Hallo! Ja, 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 ja Bauhammern Nein, nicht Bauhammern, bitte Nein, bitte nicht Ja, gut Und dann würde ich sagen, äh... Da fällt mir ja schon die Hälfte um Vor Schreck Weil der... Ja, so ein Bauhammer ins Gesicht Das ist nun mal eine schwierige Geschichte, ne? Gut, dann würde ich sagen Legen wir los, ne? Ja Am letzten Mal sind wir stehen geblieben Und haben hier unsere... Oh, die sind so cool, die Dinger, ne? Diese Sammelnetze Das hat gemacht Sehr cool Ich wollte aber noch Sammelnetze bauen Ich hab dafür alles Eins, zwei Sammelnetze Okay Das ist schon mal gut Zack Und zack So Jetzt hat unsere gesamte Frontart Sammelnetze Geil 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 Yeah Oh, da kommt die Pass Da kommt die Pass Genau Professionell auspiepen, was wir noch nie gemacht haben Ich glaube, wenn ich kein Video gemacht habe Und wer hat... Ach Hab ich... Ich hab grad meinen... Ich hab grad meinen Wurfhaken gefallen, das ist nicht Hirsch Oh... Wär das ins Wasser gefallen? Zum Glück nicht Ich bin grad so beim Laufen, da bin ich an den Knopf gekommen Oh, ein Fond Hey, ich kann Steinpfeile machen, aber keinen Bogen, weil wir den noch nicht gelernt haben Yay Oh, es wird wieder Tag, wie schön Naja, auf jeden Fall werde ich jetzt noch ein bisschen hier Unser Floß weiter bauen in die nächste obere Etage Ganz gerne Wer ist nicht... Letzte Folge gemacht? Ne, haben wir nicht Nein, haben wir nicht Guck mal Ich hab eine große Anbaufläche gemacht Oh, hi kommt, hi kommt, hi kommt, hi kommt Uff 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 Ich glaube, das kann sein, dass wir das gemacht haben, aber dass das unterwegs verloren gegangen ist Ah, guck mal, wie schön Ich hab eine riesen Anbaufläche, da können wir jetzt andere Sachen sogar drauf anflampfen Und tschüss, du Insel Moment Na doch, Heidi Tschüss Ich rutsche jetzt erstmal um meine... Ich sehe dich, Amrit, an einem Koffeln und... Okay Bauhammer Oh, ich höre wieder eine Mühe Nein, ich hab sie fast Nein, Kleiner, hey Ich brauche acht Planken für ein Speer Ah, hier unten in unseren Sammler sind aber ein paar Planken Gott sei Dank Ja, ich kann mir einen neuen Sperr machen. Tschüss, Alter. Kriege ich das Fass? Ja, kannst du machen. Danke. Ist gerade ein Fass geflogen? Hä? Ja, hab ich genommen. Ein Fliegefass, achso. Nee, es ist wirklich geflogen. Ja, sag ich ein Fliegefass, ein spezielles. Oh, ich sehe auch ein Fass, das an uns vorbeischwimmt. Ne, du geh das durch. Die Sammler sind so nix. Die sind so super. Also müssen wir kaum mehr selbst... Wir können natürlich selbst auch fangen, aber... Also, ich mache es trotzdem. Hä, Möwe! Passt du? Nee, leider nicht. Durch die Hektik... Komm, irgendjemand muss auch auf die Möwe aufpassen. Ich muss auf die Möwe aufpassen. Ja, man hört sie ja immer. Auf einmal ist dann irgendwas am... Nee, 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 nee So. Oh, ich könnte mal was essen. Oh, die große Anbaufläche, sehr geil. Ich hab ein Pinsel gebaut, aber das ist guter für Farben und die Frauen haben ich nicht. So, dann pflanze ich mal die alten Rüben an. Und die anderen Rüben haue ich aufs Feuer. Übrigens, ich glaube, die treibt ein anderes Rafter. Und bei der großen Anbaufläche wachsen Sachen schneller als bei der kleinen. Immer willkommen klein. Ja, wieder Fliegefässer. Wieder. Wir waren gerade mit der Fliegefässer. Oh, jo. Da ist auch ein... Da ist auch ein anderes Raft. Soll ich da mal gleich drüber? Ich mach schon. Ich sag dir Bescheid, dass ich irgendwas sehe. Von wegen, hi. Ja. Mann, der Behngang ist aber auch gerade kacke. Hi, 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 hi. Hast du ihn gedocht? Ja, ich wollte gerade eigentlich ganz elegant ihn wegsprengen, aber... Guck, eine Kiste aufnehmen. Was ist da oben drauf? Der Behngang ist... Ach, wir sinken! Nicht mehr. Nein. Oh! Da ist gerade ein Fass in uns vorbei. Oh! Das schnapp ich mir. Da schnapp ich mir noch. Brett. Aua. Aber so... Da bin ich gierig. Ähm... Au! Beim Draufklettern hat er mich noch in den Arsch gebissen, der Saftsack. Saftsack. So einer. Okay, ich wollte noch die Dinger machen. Da und da. Okay, und... Holzdach. Komm doch, Möwe, trau dich! Ich mach... Ich werf dich mit dem Haken. Wir machen euch alle! Euch alle! Wir machen uns alle Möwen platt! Ihr habt keine Chance! Maja probiert, die Möpfen endlich noch Haken zu angeln. Mit diesem Classic Haken. Sehr gut! Ja. Planke platzieren, Planken... Ah! Trockenen Riefsiegel ist endlich mal getrocknet. So. Ich werde mir jetzt erstmal... das nehmen, was ich echt schwerstens verdient habe. Nämlich... einen Geflügelschenkel. Guckt mal! Oh, jetzt hab ich... Rechts oben! Mist, jetzt hab ich aus Versehen beide. Schmelze! Beide gegessen aus Versehen. Trinken... Schmelz! Schmelz! Hä, ist das Flores noch? Es geht unter! Was? Es geht so nicht. Es geht unter! Wir gehen nicht unter. Das ist nur... Es ist nur starker Wellengang. Äh, aber wir gehen mit dem Wasser und ich ertrinken. Ähm... Ähm... Was? Hä? Wie ertrinkst du? Ich bin gerade fast ertrunken. Wir waren gerade im Meer gefühlt. Wir waren... Kommt denn unter Wasser? Hä? Komisch. Nein! Oh Mist, ey! Was? Möwe oder? Nein! Wie kann ich das Ding wieder ab? Mit einer Steinachs! Toll, ey! Ähm... Ich brauch vier Planken, um eine zu bauen. Egal! Dann lass ich's erstmal! Und wir sinken wieder! Leute! Ja? Ich würde euch in... Also ich meine... Video und Zuschauer... Ich würde... Ich würde euch empfehlen, dass... Ihr uns äh... Abonniert, weil wir sind echt... Echt? Naja, zumindest geben wir uns Mühe. Naja, wir geben uns auf dem Mühe. Wir sind auf Platz 100.000. Mindestens. Oh Gott! Und wir sind wieder unter Wasser! Und hier ist ein Hai, der gerade... Oh nein! Der hat ausgerechnet da kaputt gebissen, wo ich das Dings aufgebaut hatte. Warte! Ähm... Warte, ich mach... Kein neues Worn. So! Ich hab's wie... Ich hab wieder ein, ähm... Dings dran gemacht. Sehr gut! Ja! Ja! Der Hingang ist heute... Warte! 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 Jetzt heute zurück! Jetzt gehen wir wieder unter bei mir! Ich weiß nicht, ob wir euch auch gerade untergehen! Nein! Nein! Echt nicht? Nein! Das ist immer nur so ein bisschen! Aber ist doch egal! Wir müssen das nicht alle zwei Sekunden erwähnen! Ähm... Oh nein! Oh nein! Ich bin wirklich dran! Ah... Schrott nehm' ich, damit mach' ich Nägel! Ich schrie' jetzt mal! Ich schrie' jetzt mal! die Möwe! Nein! Ich war zu langsam! Weißt du? Das gibt's doch nicht! Ich dachte, du passt auf die Möwe auf! Das hat ja eher nicht ganz so funktioniert! Naja, du wolltest das eigentlich nicht! Ähm... Ja, aber du hast es ja trotzdem gemacht, oder? Ja! Ich... Ich... Ich hab' ja auch auf die Möwe aufgepasst! Nur... Ich war zu langsam! Wegen... Ähm... Mein Hunger! Dann ist man immer langsamer! Dann ist doch was! Normalerweise klappt das ganz gut dann! Nasser Ziegel, Sand und Ton! Teppich, Ablage, Schild, Laterne, Schrott! Ich hab' auf jeden Fall ne Menge Kunststoff! Was sollen wir eigentlich bauen? Ne Leiter? Oder... Ähm... So ne Treppe? Ich würd' sagen ne Treppe, ne? Also ich wär' eher für ne Leiter, weil die Leiter kostet halt weniger von Ressourcen her! Boah! Ich glaub' das ist nicht ganz so schlimm! Und die Leiter! Dann müssen wir wenigstens... Ähm... Die Treppe... Ähm... Moment, da können wir aber noch mehr an! Stimmt eigentlich! Ja! Esst und Trink am besten noch was! und dann kommt auch noch mal yuki könnte auch ein bisschen holz mit sammeln dass wir hier oben die planken weitermachen also hier oben die dachdinger die dachdinger aber ich kann das nicht so richtig da machen ja gut ansonsten wenn du holz hast dann tust in der kiste dann mache ich ja stimmt ein bisschen was ist das stimmt aber kann ja aber das kostet 4 das kostet aber 44 holz pro das ist eine menge ein bisschen holz mit ja das wäre super wenn wir zusammen ein bisschen holz farben das wäre gut hier lag gerade ein plastikhaken ist das meine obwohl ich diesmal glaube ich nicht gedrückt habe aber wir weiß ja gar oder es war selbst ne ne ob das war schon mal so wer danke schön sehr nett das habe ich zumindest wieder haken das ist schon mal gar nicht so schlecht wie schon wieder holz weg ey das geht doch so schnell das ist echt es geht auf keine kuhhaut wie schnell das geht also mal gucken schrott habe ich wie sieht es aus mit den nägel ok das könnte vielleicht ich brauche noch ein paar planken dann mache ich auf jeden Fall schon mal die hey hau los ab du stinker ich hab mir das schon gedacht dass der stinker kommt und hier beißen will zack hau los ab du dachte mir schon so ich hab schon 16 16 holz auch cool also ich würde die gerne nehmen dann kann ich die treppe bauen und andere sachen hast du super gemacht dann bedanke ich habe ein weil ich irgendwie nicht mehr zu passen bekommen und ich lege dir hier ähm das acht äh kunststoff rein ich habe auch etwas kunststoff gesammelt perfekt ok lege ich die kartoffel hier mit rein bretter und kunststoff aber es ist doch an dem spiel dass nur einer an eine tippe gab das ist ein bisschen ja in minecraft kann man ja das beides machen aber irgendwo ist es auch doof in minecraft weil dann schnappt manchmal einer als auch raus da ja beides hat alles seine vor und nachteile das stimmt schon wieder alle bretter weg das gibt es nicht das ist so fies ey das ist so brutal echt ich hab drei bretter das liegt auch daran weil ich immer ein dach was du gebaut hast verstört haben mit der holz weil das das war eins dieser nutzlosen dass das eben falsch platziert ich lege wieder etwas ähm holz rein aber ist jetzt nicht so richtig viel ist nicht schlimm genau das heißt gar nicht richtig ich habe 28 kunststoff aber drei planten ich habe auch total viel kunststoff aber total wenig planten so jetzt mache ich aber als erstes die treppe ganz wichtig nur wie drehe ich die jetzt nur wie drehe ich die jetzt nein ich dösel das war jetzt nicht so clever das war jetzt nicht so clever was habe ich denn jetzt schon wieder Hunger ich habe ich habe schon wieder Durst wie so ein wie so ein Bär abnormale abnormale ich kann auch mal gemacht an die wo verbrauchen wir die dann muss ich hier die ganze Zeit tanken und zack dann ver.... dann ich habe schon weiter die jetzt bei mir dann muss ich bei mir hochgekommen Hä, wie bist du da hochgekommen? Ich? Jump and run? Ja, wie bist du da hochgekommen? Ich bin einfach verstrumpft. Gejumpft. Oh Mann, ich möchte auch noch da gehen. Ja, ich mach das. Ich baue da gleich. Oh ja! Super. Ich hab's geschafft. Ich hab endlich 6 Franken. Ich konnte auch eine Treppe bauen. Aber die müsste ja eh nicht mehr, wenn wir jetzt noch eine Treppe haben. Richtig besser irgendwie. Nee. Richtig besser angehen. Richtig blödes geworden. Möwe! 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 Echt? Der Arme! Was hat er dir je getan? Echt? Das echo nix ja nur um zu überleben. Aber was hat der Kai getan? Der Arme! Kahl tut gar nix. Er sitzt da nur so süß rum. Mike, Max. Mach es mir nicht vor dir. Oh, mein Ding ist mal rum. Was ich jetzt erst mal unter anderem mache. So, ich glaube, ich mach jetzt gerade nur noch den Paddel. Zack. Und dann könnten wir uns eventuell zusammen raffen treffen, weil jetzt ist Folgenende. Oh, ich werde euch vermissen. Genau. Wir werden euch vermissen. Ich werde das Spiel auch holen. So. Aber nur ein ganz. Ja, beide stehen da oben drauf. Ach. Na komm, dann springe oben drauf. Wuhu, wuhu, wuhu. Das ist fast schwierig. Ist es auch. Oh mein Gott. Was ist hier denn? So. Bist du oben? Ja, Papa. Hier kann man auf die Ernte springen. Jo, alles klar. Okay, ihr zwei. Dann würde ich sagen, tschüss an unsere Zuschauer. Vielen Dank fürs Zuschauen. Die nächste familiäre Runde kommt später. Und ja, ich würde sagen... Guckt euch mal den Sonnenaufgang an. Wow, Hammer. Richtig schön. Bei mir ist das bloß im Blick. Richtig schön. Musik. Okay. Ja, die schöne Musik auf jeden Fall. Ich guck mal. Tschüss. Und dann... Tschüss. Und Blick in den Sonnenuntergang. Und jetzt Beautifully Musik. Gleich. Bestimmt. Jetzt.